De Gaulle und Sie. De Gaulle und ich. Wir beide haben den Vorbeimarsch abgenommen, der französischen Truppen und der deutschen Truppen. Das hat auf mich einen ungewöhnlich tiefen Eindruck gemacht. Das war symbolisch für das Ganze. Und ich habe das auch erwähnt, weil es symbolisch war. Wir werden also dasselbe Schicksal haben. Wir haben, wie ich eben schon sagte, jahrelang Kriege geführt. Das muss vorbei sein. Aber nicht nur das muss vorbei sein. Wir müssen noch echte und wahre Freunde werden, die zusammen Politik machen. Denn gegenüber der ungeheuren Macht, die Sowjet-Russland, das doch bis mitten in Deutschland steht, auf das ganze westliche Europa ausübt, wenn wir nicht bestehen bleiben, wenn wir nicht fest zusammenhalten.